Junge, Junge, war da was los. Neun Spiele am Wochenende. Hier die Top 10 Highlights. Patrick Baum und Ruven Philus. 87er gegen 88er Jahrgang. Zum Glück können die beiden immer noch ganz gut kicken. Und Patrick Baum gibt hier auch wirklich alles rein, was er hat. Und ihr könnt es aus der Kameraperspektive leider nicht hundertprozentig sehen, aber am Gesichtsausdruck von Patrick Baum, der ist nicht auf dem Tisch. Und was haben wir uns gefreut auf das Topspiel Neu-Ulm gegen Düsseldorf. Am Ende wurde es dann nicht ganz wie erwartet. Mr. Bundesliga durfte ich aber trotzdem nochmal zeigen, warum er mal wieder ungeschlagen bleibt. Auf der Acht war es die Steger, der euch jetzt einmal zeigt, wie das große V gespielt wird. Erst weit raus in die Vorhand, dann in die Rückhand. Easy Point. Kurioses Match zwischen Grün-Wettersbach und Schwalbeberg-Neustadt. Drei von vier einzeln gehen über fünf Sätze. Beneduda schnappt sich hier Highlight Nummer 7. Schon wieder Benedikt Duda, schon wieder fünfter Satz, aber diesmal nicht mit dem glücklichen Ende für ihn. Und Tischtennis ist eigentlich keine Kontaktsportart, außer Wang Chi und der Boden, die treffen sich häufiger mal. Apropos Bodenkontakt, dass Rückhand-Umlaufen so seine Grenzen haben sollte, das zeigt Gisin Feng hier einmal für euch. High Risk, High Reward. Patrick Franziska auf der 4 mit einem absoluten Knaller in der Vorhand. Auf der 3, Simongo 7, ein Wahnsinns-Comeback im Ballwechsel. Mein persönliches Highlight, der Absprung von Marcel Kubik. Replay gönnt leider gar nicht. Beschwerde-Mails, bitte an die Regie von Oxenhausen. Und weil häufiger mal Kommentare kommen, ob wir die Geschwindigkeit verändert haben. Ne, ne, die spielen schon wirklich so schnell. Als Beweis dafür, Daniel Habesons Spritgeschwindigkeit. Und auf der 1, zwei Stammgäste in der Top 10. Unfassbares Tempo, was die zwei Jungs hier spielen und ein noch unglaublicherer Winner von Matthias Falk. YouTube, Twitch, Instagram, jetzt bitte überall einmal folgen, damit ihr auch nichts mehr aus der Tischtennis-Bundesliga verpasst. Spannungsmoment. 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 Vielen Dank.